Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rainbow Six Siege, zusammen mit Erik, Klein-Erik und Joop. Moin Moin. Ja, check das Video auf meinem Kanal aus, like da lassen, erstmal Promotion auf Candys messen. Bist schon rechts eingebunden, ne? Über drei. Aber, ihr könnt doch gerne beim Candy vorbeischauen und Erik seinen Instagram verlinkt euch euch auch. Der Erik braucht die Follower, Alter. Der hat die nötig. Ja, man. Wir haben mal nichts sagen, ich hab keine Rainbow Musik mehr. Ist ein Schmierger, geil. Den Raum sicher. Ich war quasi so ruhig, hat ich keinen. Ja, irgendwie hat ich keinen, was war die ganze Zeit stummen, äh, Dings der Bums. Komisch, ich kann mich ganz schnell Mainz-Cut erinnern. Also quasi, wo jetzt das Bild gerade da war, war einfach komplett ruhig außer euer Quatsche. Warte, da kommt die Drohne. Lade neues Magazin! Oh, ich bin ein Geisel. Ach, Bombe. Bombe. Ich bin ein Geisel. Zehn Sekunden. Boah, mit der Einstellung, die Drohne ist ein bisschen schwerer. Da muss ich die Drohne. Hier ist noch einer. Da muss ich die Drohne. Hier ist noch einer. Das wird ziemlich fänglich. Warum macht er wieder die Türen zu, bevor wir raus sind? Gut, wir hatten jetzt erstmal einen Typ drin, der hat erstmal als erstes beide Türen aus dem Raum zugemacht. Am Anfang der Runde. Ich markier. Alter, gleich mal 155 Punkte gesnackt. Muss ich einmal markieren. Uh, shit. Das hat er gar nicht gefallen. Uh. Da ist die Banner, da ist die Banner. Ja, das sind ein paar Leute. Magazinwechsel. Da kommt auch IQ. Da kommen noch ein paar Leute. Da kommt auch Twitch. Ja, ja, nimm weg mit. Also. Fuck, hat's überlebt. Beide sind da. Äh, der andere ist hier. Bug. Sieht ihr an der Waffe. Wie gesagt. Es sind beide da unten. Wer hätte sich mal nicht selbst verletzt, ich habe vielleicht besser gewesen. Der ist eh noch ein Gift. Ich glaube, es könnte schon eher unten sein mittlerweile. Kenny, hast du dort irgendwo noch eine Cam, wo du mal gucken kannst? Ja, ich gehe mal gucken. Äh, bei Erik war jetzt eh noch. Äh, sonst sehe ich da unten war eh noch. Der ist leider weg die Cam. Hilfe. Hilf's. Blitz kriegt jetzt doch ein bisschen Ärger. Ja. Unten. Meine ich. Äh, Blitz wäre besser gewesen. Achtung, die Gegner haben Sichtkontakt zu Geisel. Ja, er ging die Cam. Der Typ ist an dem Fels echt vorbeigefangen, den zu sehen. Ja, den, du, 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 du. Die Gegner haben die Geisel gesichert. Die Gegner haben die Geisel gesichert. Ja, da wohin. Der hat gewartet. Der kann, der Kenny, der Kenny würde gerne, aber kann noch nicht. Ja, ja. Ich kann mein Geld für vieles mehr ausgeben. Hey, ich hab unserem anderen Erik TTT spendiert, ne? Wie schon mal sagen. Du bist so'n Arsch, ne? Jo. Denkst du, das ist besser, wie die, äh, andere Dings? Wie ist die? Ähm. Hier, fang. Finger, Finger. Finger. Hier steht von der Waffe. Achso. Ja, die ist übelgeil, die Waffe von, von Laien. Deswegen, ja. Wie vielmehr ist. Letzte, letzte Folge. Letzte, letzte Folge. Check. Ja, da waren echt zwei, ja. Ja, so macht man, so macht man Promotion. Hm. Bestätigt. Die Geisel wurde lokalisiert. Also ich kann ja bessere Promotion machen. Das Video kommt ihr auf meinem Kanal verfügbar sein. Also in halb, nur vier Tage. 10 Sekunden. Ist das, ist das jetzt eigentlich dran? Ist das dran? Noch fünf Sekunden. Achso, na, na dann kommt's sowieso. Wahrscheinlich eher, weil ich mach nur noch, ich mach nur noch Highlights. Das ist locker. Boah. Wo ist er? Wo ist er? Ja, ja. Cool Spuren, warte. Da ist er. Da oben ist er, und das ist wirklich schön. Warte. Der ist immer noch da oben. Warte. Wer ist das jetzt mit der Fähigkeit? Achso. Wo? Das ist dieses geile. Ich dachte, dass ich das jetzt gerade hab. Die Uhr ist zu Ende. Vollidiot. Hier ist nochmal. Verraten der Feind draußen. Keiner bewegt sich, oder? Ne. Doch da hinten. Irgendwas angezeigt. Irgendjemand hat sich. Da hinten. Da hinten muss einer gewesen sein. Vielleicht da oben. Hier oben. Du mal, Kenny. Kenny, hast du hier irgendwelche Fußgut? Guck mal. Ah, hier ist eh noch. Sind die unten oder oben? Warte, ich track noch. Ich kann nochmal tracken. Okay. Hier ist ein Fußspurenpaar. Ich nehme mal eben mit. Ich bin auf der Erde. Ist gut. Hier unten haben sie halt ganz schön viel gelaufen. Weit unten. Erregel, gehen rein. Rechts. Da ist C4. Rechts. Im kleinen Raum. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Gegner eliminiert. Sechste war da. Das war kein Ace, oder? Nee, Ena hat gefehlt. Ena hat gefehlt. Gefehlt ran. Guck mal. Bursch aus. Aber nur gegen Bezahlung. ja und würde ich schon gern wäre angenehm aber ich muss von uns ich muss französisch für die aufgaben und komponieren nochmal an mein zeug an an die punkte um überhaupt leihen zu holen die geisel muss gesichert werden den raum befestigen wer bin ich bei 4000 punkten und verbraucher wahrscheinlich bei ihr euch kennys merch gibt es heute gratis ok nur heute also eins aufgenommen also nicht wenn es rauskommt ja also quasi am zehnten dritten durchaus aber auch bloß für eine stunde also quasi bis 17.30 ist exklusiv oh hallo noch fünf sekunden ich kann mir verwirren die mal jetzt wir löchern einmal scheiße ich hab keine weste naja die kommen bei mir vorne glaube ich da womit spielt ihr ich bin es tut denn ich bin ja da könnt ihr könnt ihr mal bitte könnt ihr mal bitte eric eric nimm mal die kamera nimm mal die kamera und markier mal hier aufs dach hier geht's halt richtig scheiße ja regner ja ich muss selber gucken ich versuche hier gerade so passiv zu sein dass er hier reinspringt wir werden auf jeden fall verlieren abse abse geil schön Boden. Ok. Ich wurde entdeckt. Wenn sie hier, wenn sie hier. Wahrscheinlich haben sie schon die Geisel. Tag! Geil! 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 Wer hat mir echt entgegengestrungen. Keine Chance kam schon daher. Na, aber das war das. Mir passt das zu wenig auf die Geisel auch. Ich glaube, das gerade das schlimmste Problem bei uns. Das Ding ist, wenn ich Roam bin, dann ist meistens niemand in Roam irgendwie. Ist mir so aufgefallen. Kein Hate an dieser Stelle. Ihr müsst die Geisel zurückholen. Ah. Was kann die nochmal? Ja, wirst du denn nicht? Ne, falls er fragt, dann stimmt. Ja, der stimmt. Wegen Wissen. Der hat dich dumm, Erik, weil er nimmt doch aus. Und da würdest du und wer du nicht mit spielst. Hauptsache, Kenny 701. Und ich danach mit 101 habe genau so viele Punkte. Also 200 weniger. Was kann die Finca nochmal tun, der ist? Äh, ich kann diesen Boost aktivieren. Mit, mit, mit. Ach, stimmt. Das ist auch geil. Und hast 20 mehr Leben, ne? Ja, genau. Und ich habe keinen Rückstoß. Jo, ach stimmt, der ist auch geil. Okay. Einsatz trotzdem freigegeben. Wechsle das Magazin. Der hat einen Kaltrückstoß und nichts gebracht. Wo sind denn die? Die sind oben noch. Äh, oben. Hier drüben. Problematisch bloß, ich hatte das Fenster noch mehr. Ich will mal gucken. Geisel hin. Ah, jetzt bräuchte ich aber keinen Stoß. Ich bräuchte einen Dock. Mach dir sie bitte. Danke, Jo. Ja, ja, hab ich. Da ist aber noch einer. Da ist noch einer. Vorsicht. Jo, gibts mir Deckung? Jo. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Ich bin sicher. Oh, bleib dort stehen Kenny. Bitte. Achso. Scheiße. Du hattest ihn gekillt? Nein, ich hab ihn noch gekillt. Komm, den Letzten. Mach dir. Der ist im Ruhm. Links drin. Aktiviere Adrenalinschuh. Nimm das Ding mit und hau ab. Hau ab. Hau dir. Hau dir ist die Geisel. Hau. Oder so. Gegner neutralisiert. Eigner Druck erfolgreich. Boah, jetzt müssen wir aber, wenn wir jetzt Deffen müssen, verlieren wir ja, glaube ich. Die Deffen waren ganz so gut. Da kommen jetzt erstmal zwei Kill. Ja. Da kommen die Kills jetzt erstmal in die Highlights mit rein. Welcher? Die Headshots oder der ganze Rest? Ähm, gerade eben dieser Einen Kill, den wir, den ich gerade gemacht habe für, also die Mira. war. Und, ähm, dann kommt noch der Kick vorhin, den der Bruder oder Eric angesagt hat, wo der ist. ist. Da hat er den markiert und dann hab ich einfach da durchgeschossen. Aber mir gefällt die, 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 die Geisel. Die Geisel. Das ist halt wie, das ist bei Ubisoft immer so. Wenn ihr was neuesten Spiel reinbringt, ist das erstmal übel zur P. Siehe vorne und hier, äh, Rainborn. So hat damals ein Blackbeard so. Den hat damals jeder gespielt und das ist halt, boah. Die haben halt auch nochmal richtig was drauf. Dieser Heal, der hat mir quasi bei der Ehen-Situation das Leben gerettet. Und dadurch konnte ich ihn dann noch killen. Wir müssen jetzt, müssen jetzt auf jeden Fall Leute haben, die abdecken. Ich komm zurück. Die Geisel. Wir müssen mal, wir müssen mal, wir müssen mal das Zeug zum machen. Schon mal jetzt offen lachen gerade. Wir sind alle viel zu. Kann man, kann man, kann man jemand, kann man jemand hier safen? Ich mach grad mal vorne die Beenden zu. Eric, hast du schon zu? Nee, ich mach mal noch zu. Machen wir mal die Tür zu. Bleiben hier drin. Ich bräuchte mal einen, der, die, kann mal bitte eh nur auf die, auf die, ähm, Kamera gucken, die direkt hier ist. Eric, hey, kannst du dich irgendwo hinhucken und auf die Kamera gucken? Der, der hier, der hier davor ist. Okay. Der macht die Wand zu. Oder? Gut, dann macht er die Wand zu. Da kommt einer rein, da kommt einer rein. Vorsicht, da kommt einer rein. Bei der Kamera, die ist jetzt eh weg. Verstärkung ist jetzt abgesagt. Es ist nicht schlau, wenn wir hier hinten vier Leute oder drinnen. Machen wir auf. Machen wir auf. Scheiße, ich hab einen Fehler gemacht. Wo ist denn offen? Hier hin. Hier hin bei mir. Ich kann drauf gucken. Der hat den Throne reingeworfen. Da kommt er noch. Ist down. Danke. Okay, das machen wir jetzt. Wir machen das. Ich muss nicht geißeln. Ich will erst einmal drei Gift drauf. Geh, das ist dumm. Wenn die Kante durchgetroffen haben. Ja. 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 Ist passiert. Zweimal von drei. Ich kann da hinten auf den Ausrängen drauf gucken, da kann ich nicht keiner reinkommen. Auf die offene Stelle. Braucht jemand hier? Die Geisel vielleicht. Die Geisel braucht hier. Die hat den mal Gift geschluckt. Ja, das geht. Stell mal vor. Der kommt ja mit Seil. Ich würde sagen, hier irgendwo rechts, glaube ich. Nee. Genau neben mir. Hier. Haben. Schönen. Lade neues Magazin. 11, 1, 2, Alter. Was läuft denn hier gerade? So, Bayern führt jetzt 4-0. Ja, ich bin halt gerade wie Bayern, ne? Ich bin alle fertig. Ja, man. Okay, dann würde ich schon sagen, hier endet auf jeden Fall die Folge. Von Rainbow Six Siege. Wir sehen uns bis nächstes Mal und... Tschüss. Wir sehen uns bis als nächstes Mal und tschüß! Untertitelung des ZDF, 2020